wichtige auszahlungstermine für sozialleistungen für den april 2024 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid 24 die ich hatte es ja schon in einem früheren video schon mal angedeutet oder mitgeteilt dass der auszahlungstermin der monatsrente märz 2024 wenn sie denn nachschüssig gezahlt wurde oder wird der 28 märz 2024 war das war der letzte bank arbeitstag das war der grünen donnerstag vor dem karfreitag so und nun haben wir aber in deutschland ja nicht nur den rentenzahltermin sondern wir haben auch noch verschiedene andere sozialleistungen und andere leistungen die für menschen wichtig sind und dienen natürlich auf die pünktliche auszahlung dieser gelder dringend angewiesen sind ich rede da nicht vom lohn und gehalt sondern wirklich von sozialleistungen und eventuell steuerliche vergünstigungen fangen wir einfach mal an ich habe eine kleine übersicht gemacht für sie geht jetzt geht's los und zwar für folgende leistungen im april habe ich ihnen einfach mal über sich gemacht und eine fälligkeit und zwar steigen wir einfach ein in das pflegegeld das pflegegeld für den monat april was also für den april gezahlt wird wurde schon am 28 märz 2024 gezahlt das war der grünen donnerstag genauso auch das wohngeld das wohngeld wurde auch da das wohngeld immer vorschlüssig gezahlt werden muss für den monat april am letzten bank arbeitstag im monat märz gezahlt auch der an 28 märz 2024 auch wiederum ein grünen donnerstag warum auch beim wohngeld ganz klar die mieten werden meistens laut mietvertrag am spätestens am dritten werktag monats anfang april für den monat april zur zahlung fällig und da muss das wohngeld schon auf dem konto des betroffenen oder des begünstigten dann sein genau das gleiche auch mit der grundsicherung im alter und bei erwerbsminderung dort muss auch die grundsicherung 28 märz 2024 das war auch ein grünen donnerstag gezahlt sein und zwar die grund den grundsicherungsanspruch für den monat april 2024 last but not least oder also nicht last but not least aber auch das bürgergeld ist ja eine vorschlüssige leistung die gezahlt werden muss und das muss dann auch für den monat april am letzten bank arbeitstag des monat märz das war der grünen donnerstag gezahlt werden ich hoffe dass alle die heute dieses video sehen dann auch tatsächlich oder alle begünstigten oder betroffenen dieser sozialleistung dann auch sagen ja das war so am 28 märz haben wir zum beispiel das bürgergeld bekommen der unterhaltsvorschuss vom jugendamt ist auch am 28 märz fällig und zwar für den april 2024 auch am grünen donnerstag zu zahlen oder fällig dann haben wir die nächsten termine und zwar ich hatte schon gesagt die rente am 28 märz bei vorschlüssiger rentenzahlung das ist auch klar und also beim am die rente die rente für den monat april ist am 28 märz 2024 immer dann fällig als vorschlüssige rentenzahlung für diejenigen rentnerinnen und rentner das sind immer weniger deren renten vor dem ersten vierten 2004 begonnen haben die haben anspruch auf die rentenleistung monat april 2024 am 28 märz 2024 war ein grün donnerstag sie werden mir da sicherlich auch nickend recht geben die betroffenen die hier das video dazu sehen werden dann sagen ja das muss so gewesen sein und diejenigen die ihre rente im monat april nachschüssig bekommen die bekommen natürlich erst am ende des monats april die rente ausgezahlt das dürfte der 30 april sein ich glaube glaube noch in erinnerung zu haben dass das ein dienstag ist aber falls sie wenn ich da falsch liegen sollte können sie mir ja das als kommentar reinschreiben in das video ja meine damen und herren jetzt kommen noch zum kindergeld kinder zuschlag und arbeitslosengeld das kindergeld wird immer zwischen dem also das kindergeld für den monat april wird immer zwischen dem vierten und 22 april 2024 je nach endziffer der kindergeld nummer gezahlt das sind zehn zahl tage im monat april der kinder zuschlag ebenso auch abhängig von der endziffer der kindergeld nummer am zwischen dem vierten und 22 april 2024 für den monat april wird da auch der kinder zuschlag gezahlt last but not least das arbeitslosengeld das arbeitslosengeld wird immer nachschüssig gezahlt das heißt also das arbeitslosengeld für den monat april wird am 2 mai 2024 das ist ein donnerstag gezahlt das ist leider so gesetzlich geregelt heute am 2 april heute ist der videodrehtag für dieses video heute am 2 april wird dann das arbeitslosengeld für den märz 2024 zur zahlung fällig ja meine damen und herren das waren wichtige zahlungs und auszahlungstermine für sozialleistungen die im monat april fällig werden oder dann das mit dem arbeitslosengeld erst im erst am 2 mai 2024 dann zur zahlung fällig werden näher zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid 24.de ich wünsche ihnen eine super rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel